Ohaio liebe Freunde und willkommen zu Anime in a Nutshell. Ich könnte jetzt natürlich lang und breit erklären, was Anime in a Nutshell ist und was dieses Format so cool macht. Aber YOLO, fangen wir einfach mal direkt an. Alt Noah Zero. Mord? Juckt mich nicht. Feuer? Juckt mich nicht. Explosionen? Jucken mich nicht. Anohana? Planet? Plastic Memories. Charlotte. B*** dich, Emil, du dickiger Spoiler-W***. Saw.Online. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Kirito ist hier, um dir zu helfen. Verdammt, ich krieg diese Milchpackung nicht auf. Kirito ist hier, um dir zu helfen. Man, es läuft einfach nichts Gutes im Fernsehen. Kirito ist hier, um dir zu helfen. Elfenlied. Beim ersten Mal. Oh mein Gott. Titten, Blut, Gore, in einem Anime. Boah. Das ist das Beste, was ich je gesehen habe, Alter. Nach einigen anderen Anime. Wow. Emil hatte recht. Bye-bye, Poster-Chan. Pokemon. Sind das eigentlich alles Vegetarier-Mann? Oder was essen die, Alter? Boko no Piko. Best Romance ever. Detective Conan. Ist das eigentlich rassistisch, wenn die Bösewichte immer schwarz sind? Full Metal Alchemist. Ein defekten Kreis ohne Zirkel? Kein Problem. Jeder beliebige Schonen. Ah, ich wurde besiegt. Oh, guck mal da. Eine neue Technik. Yeah, gewonnen. Kill la Kill. Leute, wir brauchen eine Idee, wie wir unendlich viel Titten in den Anime bringen können, ohne dass es lächerlich wirkt. Das war die erste Folge Anime in the Nutschale. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn euch das Format gut gefallen hat und ihr gerne mehr davon sehen wollt, denn ich habe noch einige Ideen, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Das wäre super cool und würde mir sehr, sehr helfen. Ansonsten lasst doch ein Abo da, wenn ihr die nächste Folge Anime in the Nutschale nicht verpassen wollt. Ich bin der Lord. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Und tschö, tschö. Tschö. Tschö.